Moin Moin und herzlich willkommen zu Lichtzeichen in Hamburg. Ich bin der Sascha und heute dreht sich alles um die Straßenfotografie. Zu Englisch nennt man das auch Street Photography. Das war eine echt schwere Übersetzung. Ich werde so einen kleinen Rundumschlag machen, was Straßenfotografie angeht, was man dazu braucht, was man dazu nicht braucht und was man beachten muss und auch nicht beachten muss. Und warum Straßenfotografie so gut ist für den Einstieg in die Fotografie allgemein. Los geht's. Straßenfotografie wird nicht klar definiert. Man kann aber sagen und wirklich in sehr kurzer Form, dass Straßenfotografie eine künstlerische Art ist und eine Momentaufnahme und Dokumentation der Stadt. Um es wirklich ganz kurz zu halten. In den meisten Fällen ist Straßenfotografie schwarz-weiß. Das ist euch komplett aber überlassen. Also das ist eure künstlerische Entscheidung. Im Grunde genommen ist aber meistens Straßenfotografie schwarz-weiß. Könnt ihr einfach mal googeln Straßenfotografie. Ihr werdet fast nur schwarz-weiß Bilder sehen. Zweitens darf Straßenfotografie ein gewisses Bildrauschen haben. Das ist zum Teil auch sogar erwünscht. Also einige Fotografen machen das digital in der Nachbearbeitung. Aber es muss auch nicht sein. Ja, es ist auch völlig frei. Aber es ist kein großes Wirrwarr, wenn das Bild nicht super perfekt ist und nicht super scharf. Zum dritten ist es so, dass Straßenfotografie eine sehr große Tiefenschärfe hat. Sprich, alles in dem Bild ist meistens scharf oder im Fokus, wenn man so möchte. Man arbeitet selten mit geringer Tiefenschärfe. Daraus folgt, also aus diesen drei Sachen folgt, dass Straßenfotografie wirklich sehr leicht zugänglich ist. Denn sehen wir zum Beispiel, oder am Beispiel des Rauschens, brauchen wir jetzt nicht die allerneueste Kamera, die im Dunkeln immer noch perfekt klare Bilder ohne Rauschen macht. Das braucht ihr nicht. Zum zweiten ist es so, die Tiefenschärfe, die sehr hoch ist, da braucht ihr meistens ein Objektiv, was vielleicht nicht so lichtstark ist, weil ihr sowieso meistens ein Blende, sagen wir mal 8, 9, 10 rumhantiert, weil ihr sowieso alles scharf haben möchtet. Dadurch braucht ihr am Anfang kein großes Geld ausgeben für Objektive, die extremst lichtstark sind. Der dritte Faktor in diesem Fall, das Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiß ist wirklich eine erhebliche Erleichterung, wenn ihr nicht auf Farben achten möchtet. Im Grunde genommen werden von diesen 8 Grundfarben, werden einfach mal 6 weggewischt und ihr müsst euch nur auf 2 konzentrieren, also Weiß und Schwarz. Und ihr müsst euch dann nur um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel Komposition, Kontrast oder Licht, Schatten etc. Und das ist natürlich am Anfang sehr lehrreich, wenn ihr erstmal einen gewissen Teil weglassen könnt und euch erstmal auf was anderes konzentrieren könnt. Wie ich gerade erwähnt habe, ist es nicht von Nöten eine mega neue Kamera zu haben. Theoretisch ist es sogar gut, wenn ihr euer Fotohandy benutzt oder euer Handy mit Fotografie-Funktion, dann seid ihr ja fast unsichtbar auf der Straße. Ihr könnt so tun, als würdet ihr gerade schreiben und klack, macht ihr ein Bild. Das ist mega gut. Denn wenn viele sehen, ich mache gerade ein Foto, dann wollen die nicht durchlaufen. Oder sie gucken anders. Also man beeinflusst schon fast das Bild, wenn du jetzt mit einem riesen Schinken da stehst und ein Foto machen willst. Und du willst, dass die Leute ganz natürlich durchs Bild laufen. Also das ist ja eigentlich das Ziel der Straßenfotografie, dass du wirklich eine Momentaufnahme hast, die wirklich sehr realistisch ist. Dadurch ist es vom Vorteil, wenn ihr wirklich eine kleine Kamera habt. Heutzutage ist es so klein, ist meistens auch ein bisschen günstiger. Und ihr seid nicht angewiesen, eine mega große Pixelanzahl zu haben. Also ihr könnt selbst eine 10 Jahre alte Kamera mit 15 Megapixels völlig ausreichen. Also wie gesagt, das Handy reicht meistens schon aus für Straßenfotografie und kann ich zum Teil sogar empfehlen, weil ihr einfach super stealthy durch die Stadt lauft. Der Vorteil von Straßenfotografie unter anderem ist auch, dass ihr einfach rausgehen könnt und fotografieren könnt. Außer ihr wohnt im Amt oder auf dem Land, das ist klar, das ist was anderes. Aber die meisten nehmen wir an der Stadt und jede Stadt ist interessant, jede Stadt hat interessante Ecken. Jede Stadt hat Ecken, die ihr noch gar nicht kennt und die ihr dadurch sogar auch kennenlernen könnt. Und dadurch ist dieses Hobby so zugänglich. Und ihr könnt auch so viel fotografieren. Stellt euch vor, ihr geht mal 8 Stunden durch die Stadt und könnt dann locker 200 bis 1000 Fotos machen. Und am Ende des Tages, wenn ihr euch die anguckt, dann könnt ihr euch richtig die angucken und sagen, welches Bild ist gut, welches ist schlecht, warum ist es schlecht oder warum finde ich, dass das gut ist und das schlecht ist. Ihr lernt wirklich in kurzer Zeit relativ viel über die Fotografie, über Komposition, über Licht und Schatten. Und lernt natürlich auch mit eurer Fotokamera umzugehen, wenn ihr euch nämlich dafür jetzt extra eine gekauft habt oder hättet. Und hier kommt ein Tipp von mir, den ich euch warm ans Herz legen kann, ist, wenn ihr Straßenfotografie mal machen möchtet, dann geht einfach mal um Wege. Vor allem auf dem Weg zur Arbeit und vor allem auf dem Weg zurück, weil dann habt ihr so ein bisschen mehr Zeit, meistens hoffe ich. Wenn ihr da mal Umwege geht, vielleicht mal so ein 15 Minuten Umweg, habt ihr erstens mal eine andere Sicht der Dinge, ihr seht ein bisschen was anderes. Und vielleicht fällt euch da irgendwas auf, wo ihr seht, oh, warte mal, das ist ein cooler Schnappschuss. Oder wenn ich morgen früh hier längs gehe, ist die Sonne vielleicht so und so und ihr könnt dann richtig coole Fotos fast jeden Tag machen, immer andere Fotos, wenn ihr immer so einen anderen Umweg geht zur Arbeit, wenn ihr denn zu Fuß gehen könnt. Es gibt natürlich einige Sachen, die ihr beachten müsst und zwar ist das das deutsche Recht und in Deutschland ist es so, jede Person hat Recht an seinem Foto. Das heißt, in der Theorie, wenn ihr ein Foto macht von einer Person, müsstet ihr sie vorher fragen, ob ihr das dürft und wegen der neuen DSGVO, DSGVO, müsstet ihr sie auch fragen, ob ihr die Daten speichern dürft. Denn in den meisten Kameras ist es so, es wird die Uhrzeit und der Ort und alles mögliche gespeichert. Das müsstet ihr tatsächlich mit einem Vertrag vorher regeln. Nun würde das den Urcharakter der Straßenfotografie halt völlig vernichten. Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, es gibt so Workarounds. Denn wenn die Person nicht erkennbar ist, ist, hat sie, also sie hätte tatsächlich noch Recht, aber wenn sie nicht erkennbar ist, um welche Person es sich handelt, dann ist das Recht relativ egal. Sprich, ihr könntet Langzeitaufnahmen machen, sprich ihr könntet Aufnahmen machen mit 1,15 oder länger, sodass gar nicht so scharfe Bilder entstehen, sondern sehr viel Bewegung in den Bildern. Dadurch könntet ihr so das Gesetz ein bisschen umgehen, da man die Person nicht erkennen kann, also in den seltensten Fällen. Das zweite wäre natürlich, ihr fotografiert keine Menschen. Oder von hinten, das geht natürlich auch. Solange man, es ist halt wirklich wichtig, dass ihr die Person nicht erkennt, wenn ihr nicht wirklich jede Person fragen wollt, ob ihr sie fotografieren möchtet. Natürlich könntet ihr auch die Person danach fragen. Das wäre natürlich immer das Beste, wenn ihr sagt, oh, das ist eine gute Aufnahme, könnt ihr danach hingehen, die Person fragen, ob ihr das Foto bearbeiten dürft. Denn da kommt nämlich die zweite rechtliche Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass ihr von jeder Person ein Foto machen dürft, in der Öffentlichkeit. Und die Person aber sagen kann, ihr dürft das Foto nicht veröffentlichen. Löschen? Meines Wissensstands ist so, dass ihr solltet das Bild löschen, wenn die Person danach fragt. Ihr müsstet es aber tatsächlich nicht. Ihr würdet nur Probleme bekommen, wenn die Person sagt, ja, ich möchte es nicht veröffentlichen und ihr veröffentlicht es dann, dann seid ihr auch ein bisschen ein Arsch. Ja, also es gibt da so ein bisschen Etikette, die solltet ihr schon beachten und dann werdet ihr auch nicht in Schwierigkeiten kommen. Tatsächlich ist es in anderen Ländern etwas anders. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in China oder in Japan, Korea, so die asiatischere Gegend seid, dann haben die Personen nicht das Recht an Fotos. Ihr könnt also einfach wahllos schießen, ihr braucht niemanden fragen. Es gibt dann so Länder wie England und Russland, da ist das ähnlich gewesen. Aber die haben sich jetzt auch schon an das deutsche Recht ein bisschen angenähert, sodass ihr da nicht einfach wahllos drauf zuschießen dürft und müsstet Personen tatsächlich fragen. Das war vor einigen Jahren anders, da könntest du einfach nach London rein und schießen, schießen, schießen und musstest da niemanden fragen, ob du jetzt eine Erlaubnis hast, das zu veröffentlichen. Und diese ganze rechtliche Geschichte macht natürlich die Straßenfotografie ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, aber man muss einfach kreativ sein. Macht lange Zeitaufnahmen oder macht einfach Aufnahmen gar nicht mehr von Menschen, sondern einfach von Orten, die vielleicht verlassen sind, lost places. Und ein weiterer Tipp, den ich hier euch dann geben kann, ist tatsächlich, wenn ihr Straßenfotografie mit Menschen machen wollt, fotografiert Demos. Denn bei Demos ist das eine ganz andere Geschichte, denn da muss ein Mensch damit rechnen, dass er fotografiert wird. Also ein Mensch, der jetzt bei der Demo fotografiert wird, verliert im Grunde genommen das Recht seines Bildes, da eine Demo ja journalistisch gesehen im Mittelpunkt steht. Und jeder Mensch muss damit rechnen, fotografiert zu werden auf einer Demo und dadurch könntet ihr einfach zum Teil so journalistisch, künstlerisch Fotos auf einer Demo machen, wenn ihr unbedingt Menschen mit einbeziehen möchtet. Ich kann es euch nur empfehlen, weil es passieren echt witzige Dinge, es passieren sehr ehrliche Dinge, ihr könnt wunderschöne Fotos dabei machen. Und müsstet aber niemanden danach fragen, weil vor Gericht würde das niemals standhalten. Der Gerichter würde einfach sagen, ja, es ist eine Demo, sie müssen damit rechnen, dass ein Foto von ihnen gemacht wird. Sprich, ihr dürftet Fotos auf einer Demo machen und sie veröffentlichen, relativ ohne Probleme. Hä? Ich bin kein Richter und ich bin auch kein Jurist, also verlasst euch nicht 100% auf meine Meinung, guckt es gerne nach. Das sind die Infos, die ich so habe und die ich auch so mache. Würde aber jetzt einer auf einer Demo zu mir kommen und sagen, du hast mich gerade fotografiert, darf ich das sehen oder ich möchte, dass das gelöscht wird, würde ich das trotzdem immer machen. Natürlich kann man nochmal darauf eingehen, also man kann bei einigen Personen darauf eingehen und erzählen, sagen, ja, ich möchte hier künstlerisch arbeiten, das wird so und so gepostet. Es gibt dann Menschen, die sagen, ja, nee, okay, das ist ja cool, dann mach das so, also auch wenn es nicht auf einer Demo ist und andere, die schalten halt komplett ab, die sagen, nee, 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 lösch, lösch, lösch das. Dann gar nicht, äh, gar nicht erst darüber diskutieren, löscht das einfach. Ihr werdet noch tausend andere wunderschöne Fotos machen, das ist meistens den Stress nicht wert. Kommen wir dann zu meinem Setup, das liegt hier und dazu muss ich die Kamera einmal ausmachen, zack. Und ich habe hier die Canon 750D, das war so meine erste oder zweite Spiegelreflexkamera. Und ich hatte noch vor einem Jahr noch ein 30mm von Sigma, das ist aber wirklich so ein Oschi. Und ich bin irgendwann mal auf das 24mm gestoßen von Canon selbst. Und wie ihr seht, es ist ein Pancake, also es ist super flach, also man, das Ding passt super easy in die Tasche. Es ist, es ist so leicht und es ist, es ist jetzt nicht super stealthy, aber ich kann immer noch so durch die Stadt gehen und tun, als würde ich ein Video drehen und dann Fotos machen. Aber tatsächlich habe ich für mich festgestellt, okay, ich wohne in Hamburg, da kratzt es einfach keine Sau, ob ihr da gerade Fotos macht von denen oder denen nicht. Also in den seltensten Fällen ist das so, dass die Leute gucken, was macht denn oder was macht der Fotos von mir, das möchte ich aber nicht. Also das habe ich ganz selten erlebt. Die Leute beachten dich nicht, auch wenn du hier so eine Kamera hast, denn es ist ja so, in Hamburg laufen viele mit Kameras rum, weil es ist halt eine touristische, attraktive Stadt. Kann ich auch verstehen, aber es ist für einen Straßenfotograf halt einfach fast ein Traumland. Du hast so viele Straßen und Ecken, die wunderschön sind. Es gibt natürlich auch unfassbar langweilige Straßen. Aber das ist mein Setup und mein Setup ist so, das ist ein 24mm 2.8. Ich habe das aber in der Blendenautomatik auf Blende 8 und ISO ist dann auf 100 und die Zeit ist mir eigentlich ziemlich wumpe. Also wenn ich ein bisschen, wenn ich zum Beispiel Aufnahmen mache mit einer längeren Verschlusszeit, dann würde ich zwar tatsächlich auf manuell gehen, Blende 8, 1,15 und lasse dann die ISO. Also müsste ich dann manuell einstellen, das kommt immer so auf die Situation drauf an, aber die Blendenautomatik ist für euch oder für die meisten eigentlich die beste Einstellung. Weil ich habe ja Blende 8, macht dann ISO 100 oder vielleicht ein bisschen höher. Bei der Kamera so bei 800 fängt dann langsam das Rauschen an, also kann man gerne dann auch ein bisschen höher gehen, weil es bei Straßenfotografie nicht so wichtig ist. Und weil ihr könnt die Kamera rausholen und knipsen. Und dafür ist die Blendeautomatik perfekt. Und ich habe als Bildstil habe ich mein eigenes Bild, der ist nämlich schwarz-weiß mit einem sehr hohen Kontrast. Da sehe ich nämlich schon auf der, wenn ich mir das Bild angucke, sehe ich das schon in schwarz-weiß. Ich fotografiere aber trotzdem immer noch in RAW und JPEG. Dadurch sehe ich einmal die Bilder schon in schwarz-weiß, wie sie später aussehen könnten. Denn später bearbeite ich die RAWs, die ja dann in Farbe sind. Oder die bleiben ja immer in Farbe. RAWs sind ja immer unbearbeitet, egal was für einen Bildstil ihr benutzt. Und bearbeite sie später dann in schwarz-weiß in der digitalen Nachbearbeitung, weil das macht sehr viel Spaß. Und ihr habt wesentlich mehr Optionen. Darauf werde ich auch nochmal eingehen in einem zukünftigen Video. Und das kann ich euch nur empfehlen. Mein Setup, genau, werde ich euch auch nochmal reinstellen. Und im Grunde genommen ist das so alles, was man über Straßenfotografie sagen kann. Also da gibt es noch viel, viel mehr. Es gibt super viele Namen, die ihr mal recherchieren könnt. Könnt euch mal gucken, was es so für Stile gibt. Aber der künstlerische Aspekt ist einfach super, weil es gibt kein richtig, kein falsch. Also sprich mal, ihr könnt keine Fehler machen. Das ist aber ein sehr komplexes Thema. Ich möchte euch einfach nur empfehlen, geht raus, macht einfach Fotos. Einfach machen. Just do it. Ja, wie es bei Nike so schön heißt. Just do it. Selbst wenn ihr am Ende des Tages mit tausend Bildern nach Hause geht, ist doch super. Ja, ihr könnt dann später schauen, was gut, was hat euch gefallen und später dann oder euch dann auch fragen, was kann ich das nächste Mal besser machen. Und selbst wenn ihr nur eine Pfütze fotografiert, wo euch einfach nur die Form gefällt, dann ist das richtig. Ja, es muss euch am Ende gefallen und ihr könnt damit Stile auch selbstständig, ja, ähm, kreieren. Also ihr könnt euren eigenen Stil völlig frei ausleben. Und, ähm, ja, der einzige Tipp, den ich euch noch so geben kann, ist, ja, das wäre dann Tipp Nummer 3. Wenn ihr wirklich so eine kleine Kamera habt, so wie der hier, so wie diese hier, dann würde ich euch empfehlen, ein Objektiv zwischen 20 und 35 Millimeter zu nehmen am Anfang, weil da habt ihr ein sehr großes, äh, großes Blickfeld, so ähnlich wie bei einer Handykamera. Wenn ihr APC habt, dann würde ich auf 10 runtergehen und dann so bis 30 maximal. Ich habe für mich einfach festgestellt, dass 50 Millimeter ist einfach zu klein, das, das passte mir nicht. Dann habe ich mir 30 Millimeter hierfür gekauft, das war mir zum Teil auch manchmal ein bisschen zu, zu eng. Und jetzt habe ich hier mit 24 Millimeter, habe ja eigentlich fast alle Freiheiten und wie ihr seht, es ist super klein, es ist einfach, zack, bam, fertig, ähm, weil die ist schnell. Ähm, das ist einfach ein Traum und, ähm, Ja, kann ich euch nur empfehlen, ist ein tolles Hobby, ähm, Nachbearbeitung ist eine ganz andere Geschichte, aber ich würde einfach sagen, geht raus, macht Fotos und lernt, ja, ganz tolles Ding zum Einstieg. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, abonniert meinen Kanal, ja, äh, droppt ein Like, wie man so schön sagt, also daran erkenne ich, dass ihr sowas öfters sehen mögt. Und, äh, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt oder ob ihr schon einen Lieblings-Street-Photographer habt. Ja, vielleicht habt ihr ja schon so einen Fotografen, den ihr gerne irgendwie folgt. Meiner wäre zum Beispiel Sean Tucker, äh, dessen Bilder ich, äh, verdammt cool finde, weil er sehr gut mit Licht und Schatten umgehen kann. Und, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Straßen-Fotograf ist, ob ihr das selber macht, ob ihr jetzt irgendwie Blut geleckt habt und dasselbe machen wollt. Oder ob ihr schon, vielleicht seid ihr ja auch erst ein Anfänger und denkt, hm, das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ja, ansonsten, gehabt euch wohl und gutes Licht!